So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich befinde mich hier in der Straße der Justiz. Und wer da denkt, da ist die Post? Nein, das ist eigentlich die Polizei. Und das sieht man da drüben, denn das ist die Polizei von Meiningen. Wir wollen aber nicht zur Polizei, da waren wir letztens nämlich schon, weil ich meinen Ausweis nochmal vorzeigen musste. Und heute ist Samstag. Bei mir ist Samstag, der Tag vom Milzer Community Day. Okay, aber heute ist auch das erste Mal Krypto Arctos in den Raids. Das heißt, ich wollte eh wieder so wie eine Art Community Raid machen vor dem Community Day. Wir suchen uns den ersten Raid, der aufgeht ab 10 Uhr. Ich habe ja gedacht, die erscheinen wieder ab 10 Uhr, aber die sind schon seit heute früh da. Also 8 Uhr konnte man auch schon Arctos raiden. Was es sonst noch zu beachten gibt, wie die Arena aussieht, wo der aufgegangen ist, das zeigen wir euch gleich. Wenn man jetzt die Kamera rumdreht, sieht man schon ein riesen Gebäudekomplex. Da drüben altes, modriges Gebäude. Da irgendwas Verglastes, da was Großes, Heftiges, da ein Durchgang. Und hier ist so eine komische Skulptur. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, was das sein soll. Das ist auf jeden Fall die Arena und heißt einfach nur Stele. Stele ist die Arena, da ist der Krypto Arctos Raid, den wir jetzt machen wollen. Aber ich kann euch nochmal kurz mit hier rüber nehmen. Nochmal kurz auch darauf hinweisen, dass es wohl ein Problem gab beim Tauschen von bestimmten Pokémon, die im Jahr 2023 gefangen wurden und bestimmten XXS, XXL. Sodass das als Spezialtauschen immer gewertet wurde, obwohl es gar keiner war. Und da jente ich euch jetzt für die restliche Season erstmal zwei zusätzliche Spezialtrades pro Tag gibt. Das heißt, wir haben ja eh statt einem schon zwei. Jetzt gibt es zwei zusätzliche. Wir haben dann also statt zwei vier. Und heute am Sea Day, also am Samstag, hat man ja eigentlich drei gehabt. Plus die zwei zusätzlichen sind dann also fünf. Ich hoffe, ihr habt die gemacht, ihr habt es mitgekriegt. Ich habe das überall gepostet. Jetzt guckt euch nochmal den Durchgang an, wenn man hier so hoch schaut, wie mächtig das aussieht. Dieser Baum. Und hier steht auch Justizzentrum, Meiningen, Amtsgericht, Landgericht, Sozialkericht, Staatsanwaltschaft, Verwaltungsgericht, Bibliothek. Also alles am Start. Wir laufen jetzt hier durch diesen Baum, suchen uns ein Plätzchen dort an der Arena, dass wir uns irgendwie niederlassen. Und dann zeige ich euch noch meine Biala Trinkflasche, die ich mal wieder am Start habe. So, hier seht ihr jetzt die Biala Trinkflasche in freier Natur mit meinem Pokémon Rucksack, den ich von meiner Cousine geschenkt bekommen habe. Und ich danke immer noch Biala für diese Trinkflasche. Ich habe mir eben wieder einfach Leitungswasser reingefüllt. Das ist jetzt schon wieder mega kühl. Gefühlt kühlt diese Flasche alles, was du rein machst. Die nehme ich immer zum Saufen, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mal was trinken möchte. Das ist Sponsor vom heutigen Video, obwohl ich gar keinen habe. Und hier habe ich eine coole Ecke gefunden. Kurz neben der Arena sind hier lauter so Bäumchen. Das sieht auch super aus. Mit lauter Bänkchen dazwischen. Und zwischen zwei Bäumen ist immer eine Bank. Das sind Bäume angeordnet hier in so einem richtigen Quadrat. Immer wieder mit Bänken dazwischen. Hier könnte ich mich jetzt hinsetzen. Hier könnte ich jetzt den Raid machen. Ich setze mich aber lieber direkt in die Arena auf den Fußboden. Ich brauche keine Bank. Da passt das mit der Kamera besser. So, weil ich die Location irgendwie feiere, habe ich mich jetzt doch erstmal hier zu diesem Baum gesetzt. Werde aber dann zum Raid, für den Raid zur Arena gehen. Gerade bin ich auch noch mit CryptoSafir Glücksfreund geworden, habe die App angemacht, kam das aufgeploppt. Grüße gehen raus an den Gabriel. Vielleicht können wir heute noch tauschen. Ich sage es nochmal, am C-Day normalerweise Saisonbonus, zwei Trades statt einem. Am C-Day gab es einen zusätzlichen, also drei. Wegen den Fehlern in letzter Zeit bei einer Yantik gibt es im Season-Bonus aber nicht zwei, sondern vier. Plus der vom C-Day am C-Day, also nicht vier, sondern fünf. So, nach dem C-Day dann also wieder vier statt zwei. Wer sich das gemerkt hat, richtig genial. Habe ich auch im Community-Tab was dazu gepostet. Und was ich noch im Community-Tab gepostet habe, ist, dass alle, die Crypto-Mewtwo-Rates gemacht haben, bitte mal in ihren Heute-Tab schauen. Da ist nämlich hier eine befristete Forschung. Wir haben ja angekündigt, dass es keine XL-Sonderbonbons gab bei Mewtwo, Crypto-Mewtwo, das ein Fehler war und alle, die Crypto-Mewtwo-Rates gemacht haben, können diese Forschung kriegen. Einfach mal die App starten, einfach mal reingucken, beziehungsweise ab Level 31 kann man jetzt diese Sonder-XXL erhalten. Sonder-XL-Bonbons. Schaut mal, ob ihr die habt. Wenn ihr wenig Rates gemacht habt, habt ihr vielleicht nur zehn Sonder-XL. Wenn ihr viele Rates gemacht habt, könnte das bis zu 30 werden. Ich habe hier 5 plus 25 zusätzlich, ich habe also 30 XL-Sonderbonbons bekommen und die sind mega genial. Würde ich aber nur für mysteriöse Pokémon einsetzen momentan, weil alle anderen Wilden könnt ihr ja so haben. Alle Legendären bekommt ihr eh mindestens drei XL, da braucht ihr keine XL-Sonderbonbons. Mysteriöse ist für mich der einzig sinnvolle Verwendungszweck in dem Moment. So, das haben wir abgeholt, das haben wir abgeholt. Ich gehe jetzt trotzdem mal ganz kurz auf YouTube, irgendwie gefällt mir jetzt hier das Bild trotzdem nicht. Die Sonne knallt immerzu so ins Gesicht. Mein Kanal, Community, und da habe ich schon vor 100.000 Jahren hier angekündigt, Arctos. Crypto Arctos Raids, das Ding ist vom Typ Eis und Flug, das heißt am besten ihr nehmt Gesteinsangreifer. Terrakium ist gelistet, Mega Aerodactyl ist gelistet, Rihonior, Rameidon, Brogolos und Despotar. Ich werde ein paar Rates machen, bis ich das Crypto Shiny bekomme, ansonsten brauche ich davon glaube ich nix. 100er Arctos ist am Start auf Level 50. 1743 ist der 100er Wert, 2179. Gerade wenn ich so Infografiken habe, teile ich die ja immer im Community-Tab, da könnt ihr nachschauen. Samstag am Milzer Sea Day ist das das erste Mal bei uns da gewesen. Sonntag gibt es das auch noch. Und dann die dritte und die vierte Juni Woche gibt es das definitiv auch noch. Ob im Juli auch wieder an den Wochenenden Arctos Raids sind oder dann Zapdos kommt und im August Lavados, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall den ganzen Juni über sind die Crypto Arctos Raids an den Wochenenden da. Wer da noch was braucht, wer da noch was sucht. Ansonsten ist heute Milzer Community Day, aber das ist hier fürs Video uninteressant, weil dieses Video kommt erst am Sonntag raus. Und dann habe ich euch das hier auch nochmal gepostet mit der Forschung, um die XL Sonderbonbons abzuholen. Plus eben, dass der Season Bonus sich gerade kurz geändert hat von 2 auf 4. Trades plus am Milzer Sea Day eben dann 5 statt 4. So, mehr muss ich nicht sagen. Hier ist die Arena. Ich sitze jetzt noch 21 Minuten hier rum, aber es ist schön, es ist gutes Wetter. Wir sind in der Natur. Da können wir ja mal gucken, was wir vor allem hier drin haben. Interfeld Forschung. Und ich sehe eine Sandburg mit 2504. Da habe ich ein paar gesammelt, die will ich noch wegfangen. Vielleicht ist ja irgendwann ein Gutes dabei. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Raid aufgeht. Crypto Arctos. Auf der Suche nach dem Shiny. Wenn wir unter der Arena sitzen. Der Gen-Bursch. Der Gen-Bursch. Der Gen-Bursch ist in der Arena. So, ich habe jetzt mal die Arena. Die war rot. Da saßen zwei rote drin, ja. Seit ein paar Tagen oder so. Ist gerade eh nichts los gewesen. Stele. Habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal. Ähm. Gelb. Lass uns mal überlegen, welche Farbe ich bin. Ähm. Ähm. Setzen wir mal das Riolu hier rein. So. Das ist klein. Das ist süß. Das ist fein. Das ist Riolu. Gehen wir mal wieder raus. Warten immer noch fünf Minuten. Was der Raid losgeht, ne. Ich befinde mich jetzt mitten in der Arena. Was? Abit hat das Geschenk aufgemacht. Hätte er doch zum Seat Day machen können. Um 14 Uhr. Aber naja. Was will man machen? Wer jetzt so anfängt, der macht auch bei Stufe 3 und 4 alles auf. Ich befinde mich jetzt in der Arena. Das sieht man hier über mir. Guck. Das ist die Arena. Und da sitze ich jetzt drin. Und habe hier halt um mich herum diese, ja, die Dinger halt. Aber das Gute ist, hier führt nämlich ein Weg drum rum. Da laufen immer so Leute mit Hunden vorbei. Da störe ich jetzt nicht. Und die können einfach um mich herum laufen. Perfekt. So, noch 25 Sekunden. Arena immer noch gelb. Es hat sich sogar jemand dazu gesetzt. Und das ist Pfirsich Schatzi. Habe ich gesehen. Die kam da hinten angelaufen. Ist dann ins Gebüsch reingegangen. Was sie da macht, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Die macht, glaube ich, den Raid auch mit. Und, ja, würde sagen, jetzt zum Start. Wir gehen einfach direkt rein. Gucken mal, wer noch alles im Gebüsch ist. Aus der Community. Wen man da hinten sieht. Die nicht hier zu sehen sind. Weil, äh, die möchten unerkannt bleiben. Die sind kamerascheu. Deswegen schauen wir mal, wer drin ist. Arctus ist auf jeden Fall aufgegangen. Ich bin drin und der Nudel-Account ist drin. Eigentlich wollte ich Sandra mitnehmen. Und Jonas und Marie. Aber Marie war in ihrem Zimmer beschäftigt noch. Und, ja, Sandra war müde. Hat geschlafen. Weil die Nächte sind momentan immer sehr kurz. Wechseln uns dann immer ein bisschen ab. Und ich bin voller Energie und Tatendrang. Weil Arctus da ist, habe ich gesagt. Rude ich aus. Ich gehe alleine. Ich kriege das schon irgendwie hin. Und momentan schlage ich mich sehr gut. Mich hat auch noch kein Hund aufgegessen. So, Samyang, Bulldog, Aiwarschaf. Ach, da hinten ist der Hannes. Sehe ich ja von hier. Sarina ist am Start. Genaya, Meri. Pokehander, Pfirsichschatz. Ja, Kwanagöl. Borki. Aber Borki steht da hinten. Extra. An der Borgeneiche. Zehn Leute. Gut, das reicht mir. Ich habe mir auch ein Team erstellt. Also ein ziemlich langweiliges Team. Wenn man hier sieht, vorgeschlagen ist. Rameidon, Rihonior. Mega Aerodaktyl. Also wenn ich es entwickeln würde jetzt gerade. Brogolos, Rihonior, Despoda. Was habe ich gemacht? Despoda, Despoda, Despoda. Rihonior, Rihonior, Rihonior. Despoda, alles mit Katapult, Steinkante. Das erste ist glaube ich ein 100er Krypto. Dann ein 100er Erlöstes. Und dann ein 98er Shiny. Aber alle auf 50. Und die Rihonior haben natürlich alle Felswerfer als Ladeattacke. Ansonsten bleiben wir wahrscheinlich 10. Beim anderen, beim kleinen Account, habe ich hier Glurak drauf. Glurak, Despoda, Despoda, Rameidon, Despoda und Metagross. Gucken wir mal. Ich glaube, ich habe ein paar Edelsteine. Benjamin hat schon wieder gesagt, er macht Challenge. Er versucht wieder mit 4 Personen ohne Edelsteine, das niederzuknüppeln. Ich würde sagen, wir setzen trotzdem mal wieder Edelsteine ein. Weil für was soll ich die sonst nutzen? Und damit ihr auch mal seht, falls ihr gar kein Krypto-Raid bisher gemacht habt, wie das ausschaut. Wenn man Edelstein einsetzt, um einen Krypto-Raid-Boss zu bändigen. Schön auf jeden Fall dieses Team Rocket Logo, was da am Anfang erscheint. Das sieht auf jeden Fall heftig aus. Ach so, jetzt drücke ich hier auf Unlicht. Ich muss doch bei Gestein bleiben. Schön auch die schwarzen Zuschauer. Der schwarze Arena-Boden. Die schwarze Kulisse allgemein. Sieht irgendwie krass aus. Auch, dass der Raid-Boss diese roten, feurigen, bösen Augen hat. Und viele nutzen die Chance natürlich, um dann an den Wunder dazu kommen. So, fünf Edelsteine. Ich setze mal einen ein. Hat es geklappt. Der ist wahrscheinlich nett. Ich habe nämlich immer noch fünf. Das hat man ihn gar nicht eingesetzt. Der ist auf jeden Fall jetzt grau. Eigentlich läuft er eine Zeit ab und man kann ihn wieder einsetzen. Der Kreis füllt sich nicht. Irgendjemand hat mal gesagt, man darf, wenn man den einsetzt, nicht direkt danach wieder angreifen drücken. Man muss erst ganz kurz mal abwarten. Einen hat es jetzt eingelöst. Statt fünf habe ich vier. Wow. Jetzt steht da drei. Das heißt, den zweiten habe ich eingelöst. Und wenn er nicht mehr rast, jetzt habe ich doch wieder vier. Also mit den Edelsteinen raffe ich einfach nicht. Da hat er so eine komische Hülle um sich rum. So eine rosane. Und wenn er gebändigt ist, steht er auch gerade da. Dann ist die rosane Hülle wieder weg. Und er ist natürlich wieder besser zu besiegen. Edelsteine habe ich jetzt, glaube ich, zwei Stück verbraucht. Obwohl ich zehn eingesetzt habe, habe ich nur zwei Stück verbraucht. Die anderen haben nicht gezählt. Hat sich vielleicht auch überschnitten mit den anderen Mitspielern. Die 100% WP habe ich jetzt auch schon wieder verrissen. Aber wir gucken einfach, wer am höchsten ist von den beiden. Pokémon retten. 20, 95 und 20, 66. Wir fangen mal das 20, 95er jetzt für euch live im Video. So, der ist auf jeden Fall ziemlich biestig. Also er wackelt immer so hin und her. Großartig. So muss der Kreis bleiben. Ey, der ist so zappelig. Schon so lange keinen Arctos mehr gefangen. Die letzten Arctos waren auch Krypto, aber die konnte man ja aus der Forschung dann bekommen. Die konnten gar nicht fliehen. Die waren immer im ersten Ball drin. Hier wird es jetzt ein bisschen knifflig, wenn der so hektisch ist und auch fliehen kann. Ich sehe schon Leute, die da ihren Meisterball zücken, wenn die den noch haben. 4 XL Sonderbonbons gab es. Ey, 4 XL Arctos gab es. Und das Ding hat 10, 12, 11. Das ist also mega schlecht. Dann ist das andere ja noch schlechter. Brauchst du nicht erlösen, brauchst du nicht hochziehen, brauchst du nichts mitmachen. Wir gucken noch mal ganz kurz hier auf Arctos allgemein. Arctos. Hier ist das Gala Arctos. Das habe ich auf 40 Mal gezogen. Aber hier ist Julchen. Hunderter im Tauschehalten, auf 50 hochgezogen. Das passt. Ich suche also eigentlich nur das Krypto Shiny. Dann habe ich eigentlich alles. Hunderter Krypto wäre krass. Aber ich werde da nicht exzessiv raiden. Ich werde nur raiden, bis das Krypto Shiny da ist. Hunderter brauche ich nicht nochmal erlösen. Ich habe ja eh keine XL, wie ihr seht. Also 32. Damit jagt man eh nichts hoch. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Mitmachen an die Leute, die dabei waren. Habt ihr schon ein Arctos gemacht? Was ist euer bestes Krypto-Arctos? Was ihr jetzt habt? Wie viele Krypto-Arctos-Rates habt ihr gemacht? Am ersten Wochenende. Könnt ihr das ja mal unter dieses Video schreiben, was am Sonntag kommt. Und ich werde Sonntag den Dortmunder Raid-Bus nutzen auf Shiny-Jagd. Aber da sind wir ja schon mittendrin, wenn das Video kommt. Ansonsten Peace out. Vorhaut euer Ramses. Danke fürs dabei sein. Das werde ich jetzt immer machen, wenn ein neuer Krypto-Legendärer Raid-Bus kommt. Den wieder begrüßen auf diese Art und Weise. Peace out, Vorhaut euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.